Im vergangenen Jahr wurde gemunkelt, ob Bill Kaulitz und Mark Eggers die große Liebe miteinander gefunden haben. Doch zu einer Beziehung kam es zwischen den beiden nie offiziell. Doch nun sorgt ein Statement von Mark Eggers für Verwirrung. Bill Kaulitz sehnt sich nach der großen Liebe, das ist kein Geheimnis. Immer wieder plaudert er im Podcast Kaulitz Hills, Senf aus Hollywood mit seinem Bruder Tom Kaulitz über seine Partnersuche. Dass es dabei auch mal zu schlüpfrigen Erlebnissen kommt und er sein Single-Leben in vollen Zügen genießt, verheimlicht der Frantman von Tokio Hotel nicht. So wie auch sein Intermezzo mit Mark Eggers auf dem Oktoberfest. Nach feuchtfröhlichen Bussis in der Öffentlichkeit verriet er, momentan hat mir jemand ein kleines bisschen den Kopf verdreht, sagen wir mal so. Doch bereits kurz darauf war alles aus. Und Bill Kaulitz sprach über eine kleine Trennung. Doch nun sorgt ein Bild der beiden für Fragezeichen in den Köpfen der Fans. Mark Eggers, er zeigt ein süßes Bärchenfoto mit Bill Kaulitz. Auf der Social-Media-Plattform Instagram wurde Mark Eggers von einem Follower bei einem Q&A gebeten, zeig uns dein Lieblingsbild mit Bill. Und das machte das Model dann auch. Er postete in seiner Story einen Schnappschuss von sich und dem Sänger. Auf dem Foto hat Bill Kaulitz seinen Arm um die Schulter von Mark gelegt und beide schauen glücklich in die Kamera. Eine Aufnahme, die an Halloween entstanden ist, als sich Bill Kaulitz als Einhorn verkleidet hat. Mark Eggers trägt ein Gladiator-Kostüm. Doch was hat es mit dem Post auf Instagram auf sich? Sehnt sich das Model etwa nach Bill? Und wünscht sich die alten Zeiten zurück? Denkbar. Immerhin teilt er während der Fragerunde auf Instagram auch mit seinen Fans, dass er Single ist. Vielleicht ein Zeichen für Bill. aber .. 6 1 1 2 2